Bevor es losgeht, nochmal eine kleine Anmerkung. In diesem Part hört sich meine Stimme von der Audioqualität an, als hätte man das mit einem Toaster aufgenommen. Oder dass ich wie ein Roboter klinge. Hoffentlich verzeihte mir dies. Ich habe diesmal im Elgato-Programm aufgenommen. Keine Ahnung, warum der bei dieser Aufnahme herumgespackt hat. Ich weiß selbst überhaupt nicht. Die meisten machen es natürlich eventuell auch mit Outer City. Und die habe ich ja auch gemacht. Und damit ich euch nicht anlüge, werde ich euch genau jetzt einen kleinen Screen zeigen, wo ich die Datei also wirklich drin habe. Also extra meine Stimme mit Outer City aufgenommen. Aber da ich leider vergessen habe, das Mikrofon beim Elgato-Programm auszustellen, dürfte dann dennoch meine behinderte Audioqualität mit meiner Stimme hören. Also ja, ich wünsche euch trotzdem, ach wenn das so oder so auf jeden Fall scheiße sein wird. Dennoch viel, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Splatoon 2. Es gab mal wieder ein Update und zwar sind die zwei Sniper der verschiedenen E-Leader verfügbar, mit denen ich nicht umgehen kann, weil die Aufladezeit sowas von scheiß ist. Aber weil ich es sowieso schon freigeschalten habe, nehme ich die normale Sniper. Mit Erfahrung habe ich es auf jeden Fall schon. Und diesmal gibt es nur Standardkämpfe, aber ich denke mal das wird nicht so schlimm sein. Denn ich habe noch einen weiteren und zwar der gute Tim. Hi Leute, ich bin auch da. Ja und zusammen werden wir drei, vier Runden, wie immer Lust drauf haben, Standardkampf machen. Ja, ich bin gespannt wie das Ganze so ablaufen wird. Ja, Sniper Pro, wunderbar. Halt, Bro. Ja, einfach mal schauen wie das Ganze so abläuft. Bin ich auch mal gespannt drauf. So, nachdem wir es endlich nach 10 Minuten geschafft haben und ich das mehr oder weniger recht gut schneiden könnte, haben wir jetzt endlich mal sogar auch mit dem Team dabei, wunderbar. So kann ich mich wenigstens nicht gedischt fühlen. Oder mich dessen. Kannst mich ja rauschen. Ich bin gespannt was ich reißen kann, sagen wir es mal so als Sniper Profi. Ironie, der Schicksals. So, erster Kill. Ja, als ob... Einen habe ich wenigstens schon mal erledigt mit der Stingray, dann passt das doch. Oh, von hinten kommt ein Roller. Äh... Okay, hab ihn. Naja, ja... Das müssen schon... Dann brauchen wir noch welche. Oh, noch ein Huch, oder? Nee, es ist ein Sprinkler. Na... Was ist denn da? Aber egal. Ah, ich hab weggemacht. Hab ich gedacht. Oh. Nein! Nee! Okay, ich habe nur irgendwie noch hinbekommen. Boah! Ah... Nein, 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 nein! Hab ihn. Gut. Ich bin Andreas. Halt, Bro. Und was denn schwitzt dabei, ey? Glocken ja die Klänge noch bisschen ja das ist jetzt dort zu spielen ja ja endlich mal ein Treffer verdammt jaja nein es sieht doch viel für sie gut aus nur knapp noch eine Minute wenn es das noch so weiter geht können wir das doch geben nein 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 mit solchen kurzen Schüssen richtiges Lack oder so mit der Cypher so schieß so Rolle habe ich auch so was ja ich war auch der Vorteil anzuwischen natürlich klappt er mir wieder ein Kind war es halt nicht schnell genug ja ich habe ja noch die Klecksbomben beim Film die kommen gerade noch so ein ja so ich habe auch noch ein paar Bomben so ja das geht auch gut oder ja sieht doch jedenfalls sehr gut aus ja würde ich jetzt so sagen ja ja naja Sniper war ganz ok ja zum Glück müssen wir noch 3 Runden damit noch aushalten ja 1900 Punkte und 11 Kills ja war ganz ok ja ja meine Fähigkeiten mit der Sniper halten sich in Grenzen oh du hast jetzt ganz viel Spaß weil dieser eine Typ der heilt der ist aus meiner Freundesliste ein Spielsniper du musst auf ja drücken na gut dann werden wir das in der nächsten Runde herausfinden ähm ähm dieses random System na gut wundervollen Spaß im Kocheinfall yay ich habe Folos drauf na kappa toll ich habe dich und Hyde im Gegnerteam mhm jawohl naja solange wir nicht gegenseitig sind läuft ja alles wunderbar wir sind im Gegnerteam achso kannst du bei mir ja gleich eliminiert von der Eltenwaffe wahrscheinlich mhm genau ich habe noch nicht mal eine halbe ich habe noch nicht mal eine halbe Sekunde überlebt toll boah der Typ hat es echt auf mich abgesehen Olaf richtig Nein du hast aber nur nein Anyone erst mal die Flucht da Things Schon wieder dasselbe! Ey! Könnt ihr euch mal verpissen? Das ist ja schlimm, ey! Oh, ne! Klar, dass ich dich erst einmal hab. Hm. Und ich? Noch nicht immer. Einmal. So. Mal schauen, ob ich hier wenigstens online finden kann, aber so wie es aussieht, dann bin ich. Okay, dann erstmal alles freispritzen. Hm. Nein! Ah, ich hasse solche Pinsel, Leute! Boah, die regen mich so richtig auf. Mich auch. Das ist... Nee. Ehrlich sagen. Nee. Pinsel! Nochmal, komm. Nein, noch kein... Wow, ich hab nur den Tinten mal getroffen. Toll. Nein! Ja, wow! Ist ja auch kein... Wo hast du ja auch Scope, deswegen auch mehr Reichweite, was zwar keinen Sinn macht, aber... Ja. Passiert. So, hab den nächsten. Alter, ich geh ja richtig ab, diese Runde. Verdammt. Was ist grad los mit mir, Alter? Das ist ja unmenschlich. Das sieht doch aus, ey. Scheiße! Du willst dich echt verarschen, ne? Ich glaub, du wirst nie wieder was mit mir machen, oder? So, Heinon, ich überleg's mir. Nein, gegen die Fiumma Tod. Ich hatte schon... ...gestern privat schon das Vergnügen. Nein, gegen die Fiumma Tod. ...gegen wen? Ja, so ein paar Leute aus Discord, äh, Sniper-Battle. Mehr... ...mehr hab ich nicht zu sagen, es war einfach nur furchtbar. Kann ich mir gut vorstellen. Nein! Nein, ich werd jetzt extra davor stehen. Ja. Können mir egal sein. Ach, goddammit, Alter. Ja! Ja, natürlich. Mhm. Also, das Ding hat gar nicht mit mir. Also, ich weiß grad nicht, was mit mir los ist. Ich hab wirklich jeden fertig gemacht. Dann auch noch... Dann auch noch mit... ...goat, Alter. Ich kann... Ne. Ne. Das ist noch schlimmer. Ich hab noch nicht mal einen gemacht. Ohohohoho, wie bitter. Das ist wirklich sad. Daran sieht man, dass ich überhaupt nichts kann. Scheiße, Alter. Komm, wenigstens kill, Alter. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, ey, komm. Nee, es muss jetzt noch irgendwas passieren. Zwei... Irgendwie noch in den letzten zwei Runden, ne. Wer weiß, vielleicht denk ich dir ja einen Kill. Wieder die Zwischencuts. Yeah, ich darf mich freuen danach. Toll. Ja, das glaub ich dir gerne. Aber ich find das gar nicht so schlimm. Welches Programm benutzt du eigentlich? Zum Auf... Zum Aufnehmen allgemein, oder? Nee, zum Schneiden. Äh... Filmora. Okay. Ah, okay. Ja, doch, den kenn ich. Das kenn ich. Ja, damit komm ich irgendwie etwas besser, klar. Ich hatt's mal mit... Äh... Das war aber, glaub ich, nur ne Test-Version, die ich, glaub ich, nur ein, zwei Mal benutzt hab, weil's kompliziert war. Äh, wie hieß denn das? Äh... Camteria Studio. Ah, okay. Ja, ich hab jetzt, äh... Ich hab jetzt das... Äh... Magix Studio. Natürlich auch immer auf die kleinen Wege. Ja, klar. Äh... Hab ich ja bei mir auch mit Filmora. Ein jähriges. Aber es müsste, glaub ich, irgendwann, laufe, Mitte, Ende, Dezember irgendwann vorbei sein. Na gut, können wir gleich danach nochmal weiterreden. Jo. Yay, jetzt sollten wir uns wenigstens jetzt mal mit Anna Andrinit beschäftigen, mit der Muskel-Rude. Und wir sind schon wieder gegeneinander. Finde ich ja wunderbar. Ja, ich auch. Die Ironie ist kaum zu betrumpfen. Tatsächlich war es bei mir keine Ironie. Ja. Ne, 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 das war keine gute Idee. Oh, oh Gott. Boah, du Scheiße. Ja, der Pinkel hat mich jetzt echt behindert. Danke, dass du mich verschont hast. Ja, ja. Kannst noch glücklich sein. Ey, schon wird doch gefuck'n. Alter, ey. What the fuck? Ja, ist klar! Ey, warte. Nicht erwarte, dass ich dich treffe. Okay, ich hab' den gefuck'n. Kein Kommentar. Überhaupt keine Chance. Ich kann's schon direkt wieder aufgeben. Nein! Oh, lol. Also da war grad mehr Glück als Verstand von mir. Spruch. Nein, ohne Glück, Claude. Nein, danke. Ich geh' lieber woanders hin. Tschüss. Das Ding war, ich bin jetzt nicht schon mal. Komm, 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 komm. Bin ich schlecht oder bin ich einfach nur schlecht? Ob das gar beides. Nein, sneak in deinen Team, Jungs. Wow, ich hab' noch einen kicken können durch, durch kurze Schüsse. Toll. Ich weiß nicht, dass es aber echt behindert aussieht. Oh Gott, das ist ja dumm. Ich hab's eigentlich voll verkackt, aber er war noch schlechter. Ja, ich hab' dich nur mitgenommen. Das ist so lächerlich. Boah, ich glaub' da, nee, da brauch' ich jetzt nicht mehr zu kommentieren. Ich kann das reifeln jetzt schon. Ja, ja. Und Bilder sprechen wahre Worte. Auf jeden Fall. Das Blatt hat sich gewinnt. Ja, ihr seid schon die ganze Zeit am Gewinn. Ja, aber so am Anfang bis ungefähr der Mitte war's eher andersrum. Ja! Ja! Endlich! Mein Ziel ist schon mal erfüllt. Oh, ich hab's gemacht. Für den Kosten ist zwar Überstellung vorhanden, aber das ist mir scheißegal. Ja! 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 Also ich würd' sagen, das Match war ein voller Sieg für euch. Oh, scheiße! Oh, alter Junge! Ja! Ja, ich hab' wenigstens zwei Kills! Ja! 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 Ich hätte gerne eine bessere Ausrüstung als die, die ich momentan habe. Es lässt sich sehen, aber naja gut. Eine Runde noch und ja, mal schauen, wie geht's auch los. Ein bisschen Sniper los. So, wenigstens hat mir das Vergnügen gehabt, mit der Web zu spielen, zwei Runden mit der anderen, also ist es gar nicht mal so scheiße, mit dem random System, aber okay. Wenigstens hatte ich letzte Runde mehr oder weniger Glück. Mal schauen, ob ich das jetzt hier in der letzten Runde vielleicht etwas verbessern kann. Ob wenn ich zwar eher nicht denke, dass es besser wird und... Ja, ich hab dich zum Glück noch gesehen, aber leider waren meine Reflexe nicht so krass. Ja, natürlich geht mir das wieder ein Schlag in die Phrasen. Ja, du hast mich ja getötet, also trifft mich das ja deutlich. Ja, das ist nicht dein scheiß Ernst! Junge, Mann, ist so ein Kunde, Junge! Ey, Mann! Hätte ich solche Skills, also das wär wenigstens schön, wenn ich solche Skills hätte, aber nein! Naja, wenigstens versuche ich und das soll schon was heißen. Ja, jetzt muss der einen mit Blutablau so nicht abfangen! Ja, ist klar! Wahrscheinlich! Oh, der hat mich vorhin abgefuckt. Der hat mich vorhin nicht abgefuckt. Aber du bist da so schön lang geschwommen. Ich dachte mir so eher, den snack ich mir mal. Ja! Easy going, einfach so, ne? Nein! Nein! Das war ein Dulli, ja. Meine Wut hält sich in Grenzen. Genau wie die Stimmung in der DDR, ne? Ja! Okay, so krass würde ich das jetzt nicht behaupten, aber okay! Zum Glück habe ich das jetzt nicht gesagt. Ja, wieder der Luna Blasto! Ja, ist klar! Ja, ey, wieder so eine richtige, schöne Eskalierrunde. So mal ein bisschen auf der erhöhten Position zu bleiben. Vielleicht schützt sich das ein bisschen vor dem Luna. Ein bisschen oder weniger. Oh, das war ein guter Kill. Oh, das war ein guter Kill. Aus jeder Ecke. Ja! Alter! Oh, no! Schade. Zum Glück habe ich keine Facecam an, ey. Ich hätte es zu gern gesehen. Ne! Ne! Einfach nur, ne! Als ob ich euch gerade mit der Sniper gespawnt gekämpft habe. Fand ich super, auf jeden Fall. Also ich hatte in diesem Match ganz viel Spaß. Und du? Soll ich darauf jetzt wirklich antworten? Ich glaube, das war eher so ein Nein, oder? Also, ich fand es ganz okay, ja. Ich wurde zwar immer zu oft getötet, aber ich kann zufrieden sein. Also, ich kann auf jeden Fall zufrieden sein, weil ich hab ganz oft getötet. Einfach nur lächerlich, ey, Mann. Ja, schon wieder! Für nur in einer Runde! Das war die letzte Runde, gib ich mit mindestens zwei Kids! Mann! Ich hab verversammeltes Mitleid mit dir. Dann nur in Trecksaufnahmen, nur in Trecksaufnahmen! Okay, weißt du was? Wir hängen eine Bonusrunde hinten dran, wo ich Klotzer nehme. Okay, gut. Ich wollte gerade Schluss machen, aber die Bonusrunde machen wir gerne. Gut. Dann, ja, weil wir wissen bescheid. Jaaa... Pass auf, jetzt bin ich in deinem Team und wir verkacken aus so. Oh. Nee, wieder gegeneinander. Naja... Felix, das hatte ich einmal, das lag mal miteinander, mal in einer Runde zu sein. Na gut. Ich... Ich... Weißt du das? Nee, es ist halt... Nein, da ist bloß du. Verdammt. Nee, 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 nee. Aber da ist ja einer Blasetür da drin. Das ist ein... Blasen oder Hasseln. Ey, dieser Sch... Oh mein Gott, ich hab'n Kill. Als ob ich mit nem Klotzer killen kann. Tja. Ist das schon machbar? Brauchen wir den beiden, aber es ist auf jeden Fall auch machbar. Nein, es ist nicht machbar, normalerweise. Okay. Finde ich. Oh, ist der... Jaaa, ist doch. Gut, wenigstens, man kann mit dem Ding ja nicht one-hitten. Hm. Stimmt. Ja, okay, okay. Jaaa, wow, da konnte ich ja nicht ausweichen. Ach, du auch noch. Ja, 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 ja. Mhm, ja. Irgendwie muss ich ja meine Kills kriegen. Natürlich. Halt bloß die Kleine. Ist das demütigend. Es tut mir leid, ich mach das nicht mehr Absicht oder so. Ey. Was war die Luna Blaster? Die Junge... Alter! Ey. Es darf nicht wahr sein. Das ist... So lächerlich. Der Luna zerstört euch ja komplett, ey. Richtig lachhaft. Was war das, Karin? Ich war einfach von Roller überrollt. Und mein Teammate, der vor mir stand, auch. Oh, da ist Hyde. Und da ist Lavia. Und da ist Lavia. Ich krieg auch nichts gewissen. Nee. Wegst du tatsächlich. Au. Ja, natürlich muss der eine Blaster mich doch handicappen. Roller! 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 Das darf echt nicht wahr sein. So was für Scheiße darf ich das mal anmerken. Ja, ja. Ist ja auch so. Ja. 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 Ich hab zwei Kills mit der... Dings gemacht. Mit der... Äh... Mit dem Usa. Ich bin durch und durch zufrieden. Naja, du. Aber... Ich nicht. Ach doch, du hast dich gut geschlagen. Wow, wenigstens mit der Stimray. So lächerlich. Das ist so fällig. Also... Nö. 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 Nein. Nö. Dammit. Nö. Gut. Da haben wir's soweit erstmal geschafft. Und... Ja. Es war... Eine sehr... Spaßig. Interessante... Erfahrung. Wenn ich jetzt mal... Ähm... Dass ich mich wenigstens getraut hab, war ganz okay gewesen. Weil sonst würde ich das fast nie oder selten mal gar nicht machen. Aber sonst... Ja. Dass ich zwar übelst oft gestorben bin, war es eigentlich noch recht okay. Ja. Sonst hab ich jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Also... Von meiner Seite... Es war sehr spaßig. Ich hatte... Gute Kills. Ich hatte auch sehr oft Kills. Aber... Du warst auch gut, fand ich. Ja, wenn du das denkst. Ja, du warst gut. Dafür, dass du nicht Sniper spielst? Ja... Selten halt, ne? Selten. Ja, also... Auf jeden Fall besser als Domtendo. Ja, manchmal hab ich so ein paar Momente, wo es eigentlich recht okay ist. Ja, also... Wie gesagt... War witzig auf jeden Fall. Gerne wieder. Ja. Ich bin gerne wieder dabei. Gut. Da haben wir das soweit auf jeden Fall auch geklärt. Ja. Dann würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Dann... Ja. Abonnieren, wenn ihr gerne Bock habt. Weitere ist in der Videobeschreibung verfügbar. Und wenn ihr Bock auf den guten Tim hat, der Kanal ist unten in der Videobeschreibung. verlinkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei ihnen auch gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Und tschau Leute. Macht's gut. Tschüss.